In Berlin werden wieder die goldenen Rehkitzer verliehen, zahlreiche Stars haben sich zur Bambi-Verleihung angekündigt. Doch bei all dem Glamour dürfte die Gala in diesem Jahr auch politisch werden. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck, Julio Zahuck-Jagman und Ex-Boxer Wladimir Klitschko werden bei der diesjährigen Bambi-Verleihung mit einem goldenen Rehkitz ausgezeichnet. Claudia Schiffer, die nur selten öffentlich auftritt, wird in Berlin mit einem Fasjon Bambi geehrt. Das Model bekomme das goldene Reh für 30 Jahre außergewöhnliche Verdienste in der Mode BRANCHE, teilte Hubert Burda Media am Mittwoch mit. Der chinesische Künstler Ai Weiwei wird am Donnerstag außerdem den Preis in der Kategorie Mood entgegennehmen.